Die drei Schwestern Ein reicher Graf vergeuderte all sein Hab und Gut. Er lebte königlich, hielt alle Tage offene Tafel. Wer bei ihm einsprach, Ritter oder Knappe, dem gab er drei Tage lang ein herrliches Bankett, und alle Gäste taumelten mit frohem Mute von ihm hinweg. Er lebte Brettspiel und Würfel. Sein Hof wimmelte von goldgelockten Edelknaben. Läufer und Hajducken in prächtiger Kleidung und seine Ställe nährten unzählige Pferde und Jagdhunde. Durch diesen Aufwand zerrannen seine Schätze. Er verpfändete eine Stadt nach der anderen, verkaufte seine Juwelen und Silbergeschirr, entließ die Bedienten und erschoss die Hunde. Von seinem ganzen Eigentum blieb ihm nichts übrig als ein altes Waldschloss, eine tugendhafte Gemahlin und drei wunderschöne Töchtern. In diesem Schlosse hauste er von aller Welt verlassen. Die Gräfin versah mit ihren Töchtern selbst die Küche, und weil sie allseits der Kochkunst nicht kundig waren, wussten sie nichts, als Kartoffeln zu sieden. Diese frugalen Mahlzeiten behagten dem Papa so schlecht, dass er grämlich und missmutig wurde und in dem weiten leeren Hause lernte und fluchte, dass die kahlen Wände seinen Unmut wiederhalten. An einem schönen Sommermorgen ergriff er aus Unmut seinen Jagdspieß und zog zu Walde, ein Stück Wild zu fällen, um sich eine leckerhafte Mahlzeit davon bereiten zu lassen. Von diesem Walde ging die Rede, dass es darin nicht geheuer sei. Manchen Wanderer hatte es schon irre geführt, und mancher war nie daraus zurückgekehrt, weil ihn entweder böse Gnomen erdrosselt oder wilde Tiere zerrissen hatten. Der Graf glaubte nichts und fürchtete nichts von unsichtbaren Mächten. Er stieg ruhig über Berg und Tal und kroch durch Busch und Dickig, ohne eine Beute zu erhaschen. Ermüdet setzte er sich unter einen hohen Eichbaum und mit einigen gesottenen Kartoffeln und ein wenig Salz den ganzen Vorrat seiner Jagdtasche, sein Mittagsmahl zu halten. Von ungefähr hub er seine Augen auf. Siehe da, ein grausam wilder Bär schritt auf ihn zu. Der arme Graf erschrak, gewaltig über diesen Anblick. Entfliehen konnte er nicht, und zu einer Bärenjagd war er nicht ausgerüstet. Zur Notwehr nahm er den Jagdspieß in die Hand, sich damit zu verteidigen, so gut er konnte. Das Ungetüm kam nahe heran. Auf einmal stand es und brummte ihm vernehmlich die Worte entgegen. Räuber, plünderst du meinen Honigbaum? Den Frevel sollst du mit dem Leben büßen. Ach, bat der Graf, ach, freßt mich nicht, Herr Bär, mich lüstet nicht nach eurem Honig, ich bin ein biederer Rittersmann. Seid ihr bei Appetits und nehmt mit Hausmannskost vorlieb und seid mein Gast. Hierauf tischte dem Bären alle Kartoffeln in seinem Jagdhut auf. Dieser aber verschmähte des Grafen Tafel und brummte unwillig fort. Unglücklicher, um diesen Preis lösesst du dein Leben nicht. Herr, sprich mir deine große Tochter Wulfild augenblicklich zur Frau. Wo nicht, so fress ich dich. In der Angst hätte der Graf dem verliebten Bären wohl alle drei Töchter zugesagt und seine Gemahlin obendrein, wenn er sie verlangt hätte. Denn Not kennt kein Gesetz. Sie soll euer sein, Herr Bär, sprach der Graf, der anfing, sich wieder zu erholen. Doch setzte er trüglich hinzu, unter dem Beding, dass ihr nach Landesbrauch die Braut löset und selber kommt, sie heimzuführen. Top, murmelte der Bär, schlag ein und reichte ihm die raue Tatze. In sieben Tagen löse ich sie mit einem Zentner Gold und führe mein Liebchen heim. Top, sprach der Graf. Ein Wort, ein Mann. Darauf schieden sie in Frieden auseinander. Der Bär trabte seiner Höhle zu, der Graf säumte nicht, aus dem furchtbaren Walde zu kommen und gelangte beim Sternenschimmer kraftlos und ermattet in seinem Waldschloss an. Es versteht sich, dass ein Bär, der wie ein Mensch vernünftig reden und handeln kann, niemals ein natürlicher, sondern ein bezauberter Bär ist. Darum dachte er, den zottigen Eidam durch List zu hintergehen und sich in seiner festen Burg so zu verschanzen, dass es dem Bären unmöglich wäre, hineinzukommen, wenn er auf den bestimmten Tag die Braut abholen würde. Wenn gleich einem Zauberbären, dachte er bei sich selbst, die Gabe der Vernunft und Sprache verliehen ist, so ist er am Ende gleichwohl ein Bär und hat übrigens alle Eigenschaften eines natürlichen Bären. Er wird also wohl nicht fliegen können wie ein Vogel oder durchs Schlüsselloch in ein verschlossenes Zimmer eingehen, wie ein Gespenst oder durch ein Nadelöhr schlüpfen. Den folgenden Tag berichtete er seiner Gemahlin und dem Fräulein der Abenteuer im Walde. Fräulein Wulfild fiel vor Entsetzen in Ohnmacht, als sie hörte, dass sie an einen scheußlichen Bären vermehlt werden sollte. Die Mutter rang und wand die Hände und jammerte laut und die Schwestern bebten und bangten vor Wehmut und Entsetzen. Der Vater aber ging hinaus, beschaute die Mauern und Graben ums Schloss her, untersuchte, ob das eiserne Tor Schloss und riegelfest sei, zog die Zugbrücke auf und verwahrte alle Zugänge wohl, stieg darauf auf die Warte und fand da ein Kämmerlein hochgebaut, unter der Zinne und wohl vermauert. Darin verschloss er das Fräulein, die ihr seidenes Flachshahr zerzauste und sich beinahe die himmelblauen Augen ausweinte. Sechs Tage waren verflossen und der siebente dämmerte heran, der erhob sich vom Walde her groß getöse, als sei das wilde Heer im Anzug. Peitschen knallten, Posthörner schallten, Pferde trappelten, Räder rasselten. Eine prächtige Staatskarosse mit Reitern umringt rollte übers Blachfeld daher ans Schlosstor. Alle Riegel schoben sich. Das Tor rauschte auf, die Zugbrücke fiel, ein junger Prinz stieg aus der Karosse schön wie der Tag, angetan mit Sammet- und Silberschmuck. Um seinen Hals hatte er eine goldene Kette dreimal geschlungen, in der ein Mann aufrecht stehen konnte. Um seinen Hut lief eine Schnur von Perlen und Diamanten, welche die Augen verblendeten. Rasch wie Sturm und Wirbelwind flog er die Schneckentreppen im Turm hinauf und in einem Augenblick hernach bebte in seinem Arm die erschrockene Braut herab. Über dem Getöse erwachte der Graf aus seinem Morgenschlummer, schob das Fenster im Schlafgemach auf und als er Ross und Wagen und Ritter und Reisige im Hofe erblickte und seine Tochter im Arm eines fremden Mannes, der sie in den Brautwagen hob, und nun der Zug zum Schlosstor hinausging, fuhr es ihm durchs Herz und er erhob Großklageschrei. Ade, mein Töchterlein, fahr hin, du Bärenbraut! Wulfild vernahm die Stimme ihres Vaters, ließ ihr Schweißtüchlein zum Wagen herauswehen und gab damit das Zeichen des Abschieds. Die Eltern waren bestürzt über den Verlust ihrer Tochter und sahen einander stumm und staunend an. Die Mutter traute gleichwohl ihren Augen nicht und hielt die Entführung für Blendwerk und Teufelsspuk. Er griff einen Bund Schlüssel und lief auf die Warte und öffnete die Klause. Aber sie fand weder ihre Tochter noch etwas von ihrer Gerätschaft. Doch lag auf dem Tischlein ein silberner Schlüssel, den sie zu sich nahm, und als sie von ungefähr durch die Luke blickte, sah sie in der Ferne eine Staubwolke gegen Sonnenaufgang emporwirbeln und hörte das Getümmel und Jauchzen des Brautzugs bis zum Eingang des Waldes. Betrübt stieg sie vom Turme herab, legte Trauerkleider an, bestreute ihr Haupt mit Asche, weinte drei Tage lang und Gemahl und Töchter halfen ihr Wehklagen. Am vierten Tage verließ der Graf das Trauergemach, um frische Luft zu schöpfen, und wie er über den Hof ging, stand da eine dichte Kiste von Ebenholz, wohlverwahrt und schwer zu heben. Er ahnete leicht, was drinnen sei, die Gräfin gab ihm den Schlüssel, er schloss auf und fand einen Zentner Goldes, eitel Dublonen eines Schlags. Erfreut über diesen Fund vergaß er all sein Herzleid, kaufte Pferde und Falken, auch schöne Kleider für seine Gemahlin und die holden Fräulein, nahm Diener in Gold und hob von Neuem an zu prassen und zu schwelgen, bis die letzte Dublone aus seinem Kasten flog. Dann machte er Schulden und die Gläubiger und die Gläubiger kamen scharenweise, plünderten das Schloss Rhein aus und ließen ihm nichts als einen alten Falken. Die Gräfin sott mit ihren Töchtern wieder Kartoffeln und er durchstreifte tagtäglich das Feld mit seinem Federspiel aus Verdruss und Langerweile. Eines Tages ließ er den Falken steigen, der hob sich hoch in die Lüfte und wollte nicht auf die Hand seines Herrn zurückkehren, ob er ihn gleich lockte. Der Graf folgte seinem Flug so gut er konnte über die weite Ebene. Der Vogel schwebte dem grauenvollen Walde zu, welchen zu betreten der Graf nicht mehr waghalsen wollte und sein liebes Federspiel verloren gab. Plötzlich stieg ein rüstiger Adler über dem Walde auf und verfolgte den Falken, welcher den überlegenen Feind nicht so bald ansichtig wurde, als er pfeilgeschwind zu seinem Herrn zurückkehrte, um bei ihm Schutz zu suchen. Der Adler aber schoss aus den Lüften herab, schlug einen seiner mächtigen Fänge in das Grafenschulter und zerdrückte mit dem Anderen den getreuen Falken. Der bestürzte Graf versuchte mit dem Speer von dem gefiederten Ungeheuer sich zu befreien, schlug und stach nach seinem Feinde. Aber der Adler ergriff den Jagdspieß, zerbrach ihn wie ein leichtes Schilfrohr und kreischte ihm mit lauter Stimme diese Worte in die Ohren. »Verwegner! Warum beunruhigst du mein Luftrevier mit deinem Federspiel? Den Frevel sollst du mit deinem Leben büßen!« Aus dieser Vogelsprache merkte der Graf bald, was für ein Abenteuer er zu bestehen haben. Er fasste Mut und sprach, »Gemach, Herr Adler! Gemach! Was habe ich euch getan? Mein Falk hat seine Schuld ja abgebüßt. Den lasse ich euch. Stiehlt euren Appetit!« »Nein!« fuhr der Adler fort. »Mich lüstert eben heute nach Menschenfleisch und du scheinst mir ein fetter Fraß!« »Hardom, Herr Adler!« schrie der Graf in Todesangst. »Heischt, was ihr wollt von mir! Ich gebe es euch, nur schont meines Lebens!« »Wohl!« versetzte der mörderische Vogel. »Und ich bedarf ein Weib! Versprich mir deine Adelheit, so Frau! So lasse ich dich mit Frieden ziehen und löse sie von dir mit zwei Stufen Gold. Jede einen Zentner schwer! In sieben Wochen führe ich mein Liebchen heim!« Hierauf schwang sich das Ungetüm hoch empor und verschwand in den Wolken. »Bundin«